Guck mal, guck mal, guck mal! Like a give a fuck! Ich würde allen Jo sagen, 15 Minuten ist schon mal rum. Ich habe mir die Uhr nicht gestellt, deshalb kann ich das schlecht. Es sind 16 Minuten, also ich kann es so dir sagen. Ja, machen wir dann heute mal einen etwas längeren Part. Ja, okay. Okay, aus unserer Bodenlosen Gutmütigkeit. Gutmütigkeit heraus. Gutmütigkeit. Ne, voilà. Schüchöle, Falammer. Üüüüüüüüüüß in meiner Sprache. Na dann hören wir jetzt... Wer wollt' doch jetzt aufhören? Hä, ach, ich dachte, du würdest länger aufmachen. Okay, dann machen wir eine. Oh, yeah. Oh mein Gott! Ding Asception hier! die Tiefel ist jetzt und ich weiß wie es machen müssen als er ein Prozess vor und ich fasse untergefallen macht das mal weiter nach oben also dass das weiter genau das ist der Kumpel ich komme um so kann ich mir nur um die Tchen haben da hat Fakir die Schülwünsche das ist wunderteuern wunderprächtig wenn noch mal Prozent ihren Portalen und wasse ich glaube in den Baum nicht starr ich bin hoch so selbst gespannen nein stirbt warum schwebe ich noch ist wirklich die ich so jetzt setzt hier und da ein und gibt es keine Nahkampfattacke in Fortbildschwein es gibt weder Fernkampf noch Nahkampf aus dem Bus so kacke gesetzt dass man nicht durchkommt tut die da war wir müssen auch gar nicht mal haben machen ihr habt ihr will zu den Nussmelser nicht sehen was sind soll hierhin ach die ist auch in der Heide etwa nein und schon muss die Tür öffnen so bitteschönes Ziel du bist ein Ziel aber müssen also kackleisen machen tausend Jahre hat sich gekostet jetzt haben sie nicht durchgeschafft Hilfe Hilfe ich komme nicht durch oder kann ich dir gerne helfen Hilfe Hilfe Nein warum war ich das? ja toll jetzt häng ich hier fest dann oh well oh nein ich soll einfach mal genau so toll sein wie du ich bin toll ja okay ja okay ich häng fest oh mein mal was wollte ich jetzt mal sagen so so soll ich hier rein Schwurbeln und dann können wir irgendwo dahin Schwurbeln wenn ich hier müssen da oben da ist der fucking Laser also ja ich weiß aber ich muss hier ein bisschen äh kannst du dich mal ja genau ähm äh Fabi würdest du dann bitte hier und da oben eins platzieren oder du machst es jetzt kann so meine Portale und also davon geteilt macht und da arm und da oben genau da kann ich nicht nur das machen und machen zu fach okay Herr kann ich durchschießen war wenn er ist immer noch klar ist hallo war das glasos sie war ein Glaser äh nein nicht witzig so jetzt muss ich glaube ich oh das ist zu hoch warte mal wir müssen irgendwie mach mal tiefer mach mal tiefer dann warte mal ich da ist warte mal mach dein Gäste nein nein ja warte nein ja warte ich bleib jetzt hier mal stehen ja perfekt warte nicht da ach ja doch 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 genau das wollte ich eigentlich machen mit meinem Putscher äh ok hab's geschafft okay dann sitz mal ein Laser hin und ich äh ja jetzt musst du noch mal vier und Aura Aura da bei 1 verdammt du brauchst in der Bauer würde kommt auch zu mir ein VW was sind bei was ich von 9 was hier hat er kann doch auch mal nicht haben wollen wir verschicken Okay, okay. Ja, türkisch-Irland. Verdammt. Ne, mit Schneckenpost hier. Ach komm, Kackteil, mach schneller. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn. Jetzt musst du für mich zielen. Okay, ein Stück weiter nach... Warte. Warte, ne, ich hab ne andere Idee. Was hältst davon, wenn du einfach... Lasers. Da antworten, ach egal. Wenn ich wo. Ich überlege gerade noch. Du musst irgendwie irgendwo da. Oder? Ne, das ist halt so lange... Ah, du musst da vorne... Ach ja, klar, aber erstmal muss ich da hinkommen, ne? Das heißt, du machst jetzt jetzt schon mal... Ja, trifft mich. Setz jetzt schon mal, keine Ahnung, den Laser, irgendeine günzige Position hin. Und dann setze ich gleich da hinten, ein Portal. Warte. Ah, Mann. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ne. Hä? 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 Äh, denn? Ja. Guck mal. Äh, hä? Warte, jetzt und jetzt mal, guck mal, äh, höh. Guck mal, 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 jetzt sehe ich. Häh, hä? Weird ext��iv rode Witching Portal 2. Ja, die ha�3rg. Die ist gestresst. Ja, ja, Hatten, krass. Warte mal. Was jetzt, äh, oh Mann, ich komm nicht ohne dich da hin, das ist ja das Problem, eh. Du kannst nicht ohne mich Ja, irgendwie schon Irgendwie auch besser, aber Laser Schiefer Laser Mach mal da irgendwie ein Portal hin Und probier einfach, wie ein Portal aus Setz mal irgendwie da ein Portal hin Und dann da, genau Jetzt ist da das Rote Nein, hier das Rote dann Nein Nein Nicht so Why you hating so much So, jetzt mach da dein Gelbesöl und da vorne Hier da, Imi dein Anderes hin Da halt Boah, der ist mega ungenau, ich kann nicht sehen, einfach da Ja Und dann da Ja, dann der Laser da und rein trifft So, ja gut Und jetzt gar nicht Okay Äh, ich dachte, das geht irgendwie Das hast du falsch gedacht Aber kannst du nicht vielleicht Nee, nee, kannst du nicht Ähm Kannst du den Laser nicht irgendwie gerade ausrichten? Irgendwie? Ja, natürlich Hier ist ein Portal Ja, okay Da müssen wir Jetzt müssen wir nämlich nur noch Warte mal, vielleicht kann ich richtig am Flug Das wäre spitze, aber kann ich auf jeden Fall nicht Jetzt müssen wir nämlich da hinten An der Wand da, drin In diesem Teil Nee, da müssen wir dann das scheiß Portal setzen Ähm, ich kann da mal runter Hey, kommst du eigentlich auch alleine hier zum Laser-Ding hoch? Äh, weiß ich nicht Versuch mal irgendwie, versuch mal alleine reinzukommen Ich darf jetzt einfach das Blaue nicht Deplatzieren Ich darf das Blaue nicht wegmachen Nee Da muss ich natürlich machen, warte Okay Ah, jetzt, ja genau, oh fuck Ja, jetzt weiß ich, wie es geht Ja, toll, jetzt ist mein Portal Ich muss ja erstmal wieder hoch Ja, ich gucke dich doch jetzt so hoch Achtung Spring da hoch, warte Spring da hoch Das ist so niedrig Ach was, oh verdammt Das ist da Ja, okay, geh nochmal runter Ja, ach was, Ben Nein Oh Oh No, nochmal zurück Oh Mann, Pottel Oh, wächst mich so auf, du kleine Ure Oh, yeah Oh, Mann, nochmal zurück Oh, ich bin auf dir gelandet Fast Oh, shit Wie kann man das, wie hast du das denn jetzt geschafft? Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung Alter, irgendwo muss ich den Nest sein, du, Sponsor immer wieder Oh, fuck Ja, okay, das ist wieder viel zu früh, stirb Das ist schön, dass mich nicht mehr überleben lässt Als so schneller geht Ja, Achtung hier Ja, das spricht jetzt also hoch Ja, weee Ja, zu spät Na, fäng dich Hab ich denn jetzt gemacht Toastetische ist der Weg gemacht Ups, sorry Das wollte ich aber nicht, dass ich nicht gesehen habe Oh, ich muss jetzt tot Umarmen Nein, das ist ja nicht Tod umarmen Anne, äh Das wollte ich jetzt Hat, kann ich Ihnen, kann ich mich nicht unterschätzen Aber du schwebst Klausen Vielleicht, so ein bisschen Oh, pfff Oh, mach, wie schlecht Hast du dir noch die Fluggeste gesehen? Nee Ich hab die Fluggeste gemacht Ja, da war doch, die hab ich gesehen, ja, warte, fliegt mal Oh, so Oh, so Oh, mal wieder viel zu früh, verdammt mich kriegst nicht hin Ja, wo ein bisschen so Oh, oh Verdammt, weil vielleicht schafft man das ja so, wobble, wobble Ach, Mist, 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 Stück Fick, Fick, Fick Warum ist der Wurst? Ich kann auch einfach mit hilfst, Fabi Ach ja Dann geh da mal hoch Dann setzt man irgendwie Portalinsolator mit Hilfs Ja, dann musst du da, wo mein Blaus jetzt ist Okay Tiefer So jetzt perfekt, Mortal Kombat Und Mortal Kombat Mord Kombat Kopfab Hoffa Haftbefehl Lahn Denn ein Shabo weiß, was ein Babo nicht weiß Kreis, keine Ahnung Kräst Oh Irgendweltsen toujours Ich bin So Weich jetzt cool Boeich Weich jetzt ein cooler Rapper er hat sich dieser Gapmann wohin Morte ja fast ins Gesicht aber auch ja sehr schön ehem so jetzt kann es mir nicht helfen sagst du mir oh oh ja hallo vorliegt ich bin bis oben auch mal was cooles schafft mal was okay nein oh fick dich dann mach ich da mehr coole selbst du nee oh ja ja lass mich los Vergewaltigung ah sexuelle Bestigung stirb 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 oh was der Typ ist auf oh fuck was war das physics engine ftb physics engine oh 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 Gott nein au komm mir weg ich krieg's nicht hin ich krieg's halt nicht hin ich hab's nicht ja ich find sie witzig ne du bist auch runter gefallen na auf scheiße ich dachte du bist auch runter gefallen aaah stürb oh wenn du den eh niemand als du ey pass mal wir brauchen die noch hier oben äh, äh, jetzt nicht mehr. Oh, Mann. Doch, ich komm da noch hin. Ja, warte, ich komm. Ich mach das. Oh, warte. Ah, fick die. Nein, ich werd da noch hingekommen. Ich weiß. Chmota Chobot. Nimm nur an. Oh, ja, okay, mach nochmal. Warte, warte, warte. Nimmst du den aber an. Fricht ich nicht. Obwohl er, ja, ich seh, wie der in der Wand ist. Ich krieg den nicht, ich krieg den jetzt ohne Spaß nicht. Ah, geh sterben, du scheiß Cube. Boah, verdammt, ey, ich gehs. Lol, automatisches Cube nehmen. Warte mal, schmeiß ihn, versuch ihn irgendwie da rumzuschmeißen. Warte, glitch mich mal, vielleicht kommst du ja auch nicht. Hier? Komm mal von der Kante hoch und dann kommst du da vielleicht, kannst du ihn da reinlegen. Hier, warte, Nimm ihn. Äh, ja. Du musst ihn schon in der Hand nehmen. In der Rand. Ah, fast. Na. Nee, nicht so ganz, aber vielleicht kann ich irgendwie auf dich drauflegen. Nee, ne. Nee, ne. Nee, ne. Nee, ne. Fick dich. Man kann sich da vielleicht irgendwie da hoch... Bei Half-Life 1 konntest du richtig gut noch Sachen werfen. Geh mal weg da. Wo ist er hin? Habe ich ihn da hingelegt? Nee, das ist eine Scheibe. Boah, bist du schlau, ey. Er warf einmal weg bei mir. Mal weg da, aus dem Weg. Ja, ich bin der Übergott. Ja, geil, jetzt kommt er mit dem Schurz nicht hoch.